Hallo liebe Kinder, heute mal ein Wiese mit Bio-Kühen. Die sind auch im November noch auf der Wiese und sehr zufrieden. Da ist ja auch immer noch mild, wie ihr seht, braune und schwarze. Das sind sehr glückliche Kühe, da wird auch Fleisch von gemacht und ist sehr gesund, viel besser als das Fleisch von irgendwelchen Hochleistungskühen im Supermarkt, die den ganzen Tag im Stall sind und sich gegenseitig anstecken. Ja, hat eine ihr Reste gelassen, aber ist trotzdem zufrieden oder gerade jetzt zufrieden und wie ihr seht, genießen die Sonne. Das ist wirklich leckeres Rindfleisch, was davon kommt. Die sind nur für Fleisch hier, aber bei Milchkühen genauso. Die gesunde Milch, die ist nur vom richtigen Bio-Bauer, wo die Kühe den ganzen Jahr, vielleicht außer wenn richtig Schnee liegt, draußen sind. Also gibt es heute so viele Tiere, die sind das ganze Leben lang im Stall und das Fleisch ist sehr sehr ungesund, weil die sind depressiv und diese Stoffe, die sie depressiv machen, die gehen dann ins Fleisch. Wenn man das isst, dann wird man auch depressiv. Aber diese Kühe hier, die sind ganz glücklich, genießen die Sonne, freuen sich, haben noch immer frischen Gras, auch wenn es schon November ist. Und jetzt haben hier ihr Futter noch außerdem, was zum Trinken. Ja, da sieht ihr noch mal so ein abgeerntetes Feld, aber alles noch schön Sonne und lasse ich euch mit diesen Eindrücken allein und genießt noch eure Zeit. Tschüss!